1. Korinther 15, Vers 1, das ist das Auferstehungskapitel schlechthin. 1. Korinther 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, doch dass ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das heißt, hier wird bezeugt, die Auferstehung wird klargemacht im Alten und im Neuen Testament, die leibliche Auferstehung. Jetzt wirst du mich vielleicht fragen, wo finde ich überhaupt im Alten Testament die Auferstehung? Wo sehe ich so etwas? Ich habe einen Vers, Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12, schlafen wir Daniel Kapitel 12 auf. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Das ist ein sehr klarer Vers über die Auferstehung. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Da sagt die Bibel, Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Also, sie werden aufwachen, auferstehen, das ist gleichbedeutend. Also, es spielt keine Rolle, wenn es aufwachen steht, das heißt genauso auch auferstehen, das ist dasselbe Wort eigentlich, das ist ein anderes Wort im Deutschen. Das heißt, hier steht, sie werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, das sind die Geretteten, und die anderen zur ewigen Schmach und Schande, das sind die Ungeretteten. Klarer wäre es im Alten Testament. Ich glaube, wie ihr sagt, Kapitel 53, Vers 10 auf. Hier werden wir jetzt ein paar Bibelverse durchgehen, um nochmal zu bekräftigen, dass bevor Jesus gekommen ist auf dieser Welt, dass die Auferstehung ein Thema war, dass die Auferstehung Wahrheit war, und dass jeder, das geglaubt hat, ich meine, wie viele sonst gerettet werden, wie viele sonst in den Himmel kommen. Auferstehung ist Teil des Evangeliums. Du kannst es nicht einfach so auf die Seite schieben und sagen, ja, ja, es reicht eigentlich aus, dass Jesus gestorben ist, oder? Der Tod, nicht? Er ist tot, er ist gelitten, da war das Blut, es reicht vollkommen aus. Dann gibt es ja solche Hanseln, oder, die das sagen, die dann sagen, was ist denn mit der Auferstehung? Ja, das ist auch passiert, okay, aber der Tod zählt. Na, Moment einmal. Hier steht, folgendes, hier steht, was ich euch empfangen habe, nämlich, dass Christus zu Sünden gestorben ist nach den Schriften, begraben worden ist nach, dass er aufgestanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die Auferstehung zählt genauso zum Evangelium dazu. Du kannst es nicht auftrennen. Du kannst nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Alles ist wichtig. Okay, Markus Kapitel 1 steht Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Ja, das ganze Buch Markus ist auch das Evangelium. Ja, überraschend, alles, was drinsteht, was mit Jesus zu tun hat, ist das Evangelium. Und vor allem die Auferstehung. Du kannst dich auferstehend nicht trennen von dem Evangelium. Jesaja 53, 10 Und vielleicht lesen wir da Vers 9, da will ich jetzt ja gar nicht aufstehen. Jesaja, Kapitel 53, Vers 9 Das heißt, hier haben wir einen ganz klaren Vers, wo er sagt, so wie du danach kommend sehen. Also, Moment einmal. Hier geht es um Jesus Christus. Und sogar, hey, sogar die Juden, die Ultrathodoxen, haben irgendwelche Schriften, die sagen, das ist um Jesus. Okay. Auch in ihrem Talmud ist es irgendwo versteckt. Man muss es nur ganz genau suchen. Und wenn du es findest und es ihnen vorzeigst, schau her, dieser komische Rabbi hat das gesagt, das kann nicht, das ist was anderes. Du musst du anders interpretieren. Also, dieser Vers handelt um Jesus Christus. Das ganze Kapitel handelt um Jesus Christus. Auch das folgende Kapitel, das fangt schon vorher an. Und hier sagt er, Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Moment einmal. Wir wissen, dass Jesus keine fleischlichen Nachkommen hat, oder? Also, wir wissen, dass Jesus nicht mit irgendeiner Frau geheiratet hat und Geschlechtsverkehr hatte. Das ist eine falsche Lehre. Okay. Aber was heißt das dann? Wie er wird Nachkommen sehen? Das heißt, nach der Auferstehung. Das kann er nur sagen, wenn er wieder auferstanden ist. Wie soll er sie sonst sehen in der Hölle? Dort wird er nicht seine Nachkommen sehen. Und zweitens, da geht es nicht um fleischliche Nachkommen, da geht es um die geistlichen Nachkommen. Der Samen Abrahams, die Kinder Gottes. Das sind wir. Okay, das heißt, hier ist die Auferstehung genauso bezeugt. Schauen wir gemeinsam Jonah, Kapitel 1, Vers 15 auf. Jonah, Kapitel 1, Vers 15. Das sind, wie gesagt, viele Bibelverse. Jonas, Kapitel 1, Vers 15. Und ich lese inzwischen von Matthäus, Kapitel 12, Vers 40. Denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Und in Jonah 1, Vers 15 steht es. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jonah verschlingen sollte. Und Jonah war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte. Das heißt, der Herr Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 12, Vers 40, hey, so wie Jonas drei Nächte und drei Tage im Bauch des Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein für drei Tage und drei Nächte. Das heißt, das ist eine Prophezeiung auf den Tod und die Auferstehung. Sie fragen, wo ist die Auferstehung? Das steht nämlich im Bauch des Fisches, Entschuldigung. Wo ist dann da so eine Auferstehung, die Rede? Wenn du weiterliest, dann steht, dass der Wal ihn ausgespuckt hat. Das ist die Auferstehung. Das ist symbolisch die Auferstehung, dass Jesus sozusagen von dem Tod, von der Hölle sozusagen, wenn du willst, ausgespuckt wird. Jetzt nicht wortwörtlich übertragen, sondern der Vater, den Auferweckt von den Toten. Und das ist die Auferstehung, schwarz auf weiß im Alten Testament. Und noch einen Vers, Matthäus 22. Matthäus 22, schlagen wir das nochmal gemeinsam auf. Das erste Evangelium, Matthäus 22, Vers 31. Da sagt der Jesus, was aber die Auferstehung der Toten betrifft. Habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Das heißt, was er hier sagt ist, Moment einmal. Was die Auferstehung betrifft, habt ihr nicht gelesen, dass Gott eigentlich nicht ein Gott der Toten ist, sondern Gott der Lebendigen. Und dann sagt er die drei Namen, oder? Abrahams, Isaks und Jakobs. Das heißt, diese Menschen sind jetzt lebendig. Okay? Diese Menschen sind jetzt nicht tot. Also ihre Seele ist im Himmel, sie ist lebendig. Gott ist ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten. So im Gegensatz zu lebendig haben wir dann eben diese Terminologie, dass wenn jemand tot ist, ja, dass seine Seele in der Hölle ist. Und dass sie dort brennt. Okay? Das ist sozusagen der Zustand des Todes, ja. Er ist tot. Okay?